So, machen wir weiter bei SME. Ja, das letzte Mal haben wir Welt 7 angefangen, die mir deutlich besser gefällt als der Sende von Welt 6. Aber gut, darüber werde ich noch stundenlang reden. Nein, besser nicht. So, das Ding hatte keinen Secret Exit, ne? Und die geht bestimmt hoch, ich wusste es. Ich wusste es, dieses Gimmick also wieder, ja. Natürlich, natürlich. Ich... So, uh. Hier wäre eine Blume lieber, ja. Hier wäre eine Blume lieber, ja. Da wäre eine Blume lieber, das findet die Blume voll toll, wenn sie da wäre. Mir wäre natürlich eine Blume lieber, muss es richtig heißen. Nee. Uh, uh, ui. Oder sowas. Sowas hier nehme ich auch gerne mit. Aus Gründen. Je. Oh, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Äh, nein. Ich will den drücken, ja. Okay. Iiii, lass mich. Nein. Och, ich dachte, ich erwische den. Schade. Okay, ich will auf jeden Fall wieder eine Blume haben. Äh, nicht so eine. So eine Blume war damit nicht gemeint. Ja, jetzt geht das Ding schneller hoch. Was ist das denn? Hey. Ich kriege die Blume. Ich kriege jetzt gar keine Blume, weil ich... Oh Gott. Ne, da muss ich nochmal ins andere Level. Das geht nicht. Das überlebe ich nicht. Iiii, iiii, okay. Da unten ist dann ein Pilz, aber... Huh. Aber der wird mir jetzt nicht so viel helfen. Ich bräuchte schon mal eine Blume. Theoretisch. Iiii, wobei das jetzt erstmal keine Hammerbrüder sind. Und das ging dann eigentlich... Nein, 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 nein. So, jetzt geh du mal in deine Disco. Und hol mir den Pilz. Huuuuh. Jetzt brauchen wir diese Disco und gehen dann rüber. Okay, alles gut, alles gut. Wirf du deine Scheiße und komm hier hoch. Yes. Alles in Ordnung. Jetzt habe ich sogar noch meinen Power, was ich vorhin an der Stelle nicht mehr hatte. Das ist ja cool. Ah, okay. Ich will den offensichtlich auf... ...off lassen dann. Oh, warum bin ich denn da als gestorben? Schade. Ich möchte trotzdem lieber eine Blume haben. Tablet, geh doch nicht einfach an. So. Hops. Ich habe es genau gewusst, deswegen habe ich mir nämlich... ...weil ich jetzt nämlich wieder unvorsichtig spiele, das habe ich mir schon gedacht. Dass ich dann so doof bin und mir jetzt das hier riskiere auch noch. Mach dich runter. 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 Geht der nicht runter oder was ist los? Ist ihm das zu niedrig? Kann auch sein. Dann müssen wir halt irgendwie drüber kommen. Boah. Jesus. Jesus. Okay. Du gehst runter. Natürlich. Schlupp-wupps. Schlupp-wupps. Shell. Nein. Diesmal habe ich hier keine Shell. Okay. Dann muss das ohne Shell gehen. Och. Warum immer der Treffer? Den bräuchts nicht. Okay. Okay. Den bräuchts halt wirklich überhaupt nicht. Iiiihihi. Iiiihihi. Oh, fuck. Jetzt habe ich den anderen auch schon reingespawnt. Das ist ein bisschen dumm. Einer reicht. Ja. Nicht in die Richtung. So vielleicht. Iiiiihihi. Okay. Auf Onsoro soll er bleiben. Okay. Was kommt denn hier? Oh, Gott. Drückst du den bitte? Nein. Fuck. Jetzt wird es ein bisschen spannend hier. Ich trau mich nicht. Shoot. Okay. Okay. Okay, das muss jetzt ein bisschen schneller hier gehen, alles. Nach dem zweiten. Jetzt. Nein! Merde! Kacke. Okay. Wenn ich es so nicht schaffe, dann helfe ich mir eben wieder. So, diesmal bitte nach Möglichkeit ohne gleich das Zeug zu verlieren. Das wäre ganz toll. Danke. Moment, hier muss ich ja auch nochmal normal rüberhüpfen. Jetzt darf ich fliegen erst. Jetzt sollte ich fliegen dürfen. Hier will ich natürlich das Power-Up mehr holen, das ist ganz klar. Aber jetzt sollte ich theoretisch auch wieder ein Stück fliegen können, ohne dass mir was passiert. Bisschen höher bitte, danke. Fuh! Alles gut, alles gut. Nicht die Feder verlieren. Puh. Uh, da fällt er runter, Gott sei Dank. Und wenn ich hier das dumm setze, dann schießt mich das Ding auch noch runter. Hui, ui, ui, okay. Jetzt ist allerdings... Ich weiß nicht, ob die auf on oder auf off bleiben soll. Ah. Ich hoffe, die passt so. Wie kriege ich den... Dings jetzt da hoch? Ah, scheiße. Vielleicht von hier aus? Yes. Darüber schießen wird schwierig. Aber mit einem beherzten Sprung... Einsatz sollte das passen. Ja, okay, super. Da drüben ist noch einer, natürlich. Also spätestens an dem wäre ich vorhin dann auch noch gestorben. Und an dem... Und da ist das Ziel gewesen. Natürlich. Gut. Secret? Nein. Hier hätte jetzt ein Secret Exit sein können, weil es ja dann da oben in diesen anderen Eingang geht. Aber... Also, im Original. Aber hier ist das dann nicht so gedacht. Puh. Nicht blöd. Unfassbar. Unfassbar blöd. Ja, natürlich. Mir gefällt irgendwie jetzt schon die Atmosphäre von diesem Level. Irgendwie hat die was. Irgendwie hat die was. Diese Ninjis und da ist das Lila dahinter. Das passt irgendwie einfach gut. Ui. Yesen. Oh, der schießt hier auch durch. Das ist gemein. Okay. Ich würde wieder raten. Das Level hat Nico gemacht. Aber wahrscheinlich liegt damit wieder falsch. Hi. Stirb. Oh Gott. Nur der eine bitte erstmal. Danke. Nee, nee, nee. Geh weg. Dann hätte ich ganz gerne erst den Pilz und hier hoch. Geh hier hoch. Geh da hoch. Geh, geh. Oder geh nicht da hoch. Dann mach mal das. Okay. Das ist auch okay. Ja, 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 alles gut. Alles gut. Okay. Da kann ich drauf. Da kann ich drauf. Hier kann ich auch noch hin. Uh, das war knapp. War ein bisschen sehr optimistisch. Optimistisch. Okay. Äh. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, wo ist der noch? Gut. Jups. Warum ist da so ein Block? Kann ich da runter? Will ich da runter? Ich muss da runter. Okay. Da kann ich also stehen. Okay. Zurück. Nein. Will ich das jetzt nochmal spielen? Nee, grad nicht. Entschuldigung. Möchte ich grad nicht nochmal spielen. Ja, dafür, 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 dafür kassiere ich den Treffer. Das ist meine Bezahlung für den Rewind. Okay? Gut. Ich hätte das gleich so machen sollen. Naja. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, spiele ich es nochmal. Aber ich glaube, ich habe nämlich das Gefühl, ich bin recht nah am Ziel. Deswegen. Ich möchte ungern... Na gut. Okay. 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 Okay, wir spielen es nochmal. Ist okay. Nein. Dumm. Oh, das war blöd. Das war saublöd. Ach, du hüpfst da höher. Du lieber Ninji. Du bist ja lustig. Ups. Das ist ja lustig. Das hatten wir schon mal in irgendeinem... Uah. In irgendeinem Level von Nico gesehen. Das ist wieder ein Indiz dafür, dass es von Nico ist, das Level. Das ist wirklich ein Indiz dafür. Ich möchte jetzt trotzdem rewinden, weil ich will mich nicht zu lange in dem Level aufhalten, ehrlich gesagt. Und das Problem, was ich habe, ist, dass ich jetzt sowieso wieder unkonzentriertes spiele als vorhin. Weil ich das Level schon zu weit hatte und dann... Naja. Ne? Psyche und so. Die spielt einem da immer ein bisschen so... Äh, die... Die spielt einem den Strich durch die Rechnung. Ja, so heißt das genau. Natürlich nicht. Lass mich in Ruhe. Und das lief so... Oh, das war dumm. Und das lief so gut bis zu der Stelle und dann verkackst du mit so einem einfachen Sprung. Das ärgert mich nicht mal. Also da ärgere ich mich über mich selbst, ne? Nicht über das... Was ist denn jetzt? Moment, ich muss kurz Aufnahme beenden. Alter. Wie lange hat der Kerl jetzt mit mir geredet? Ah. So. Oh, jetzt habe ich da einen Skype im Ö geschrieben. Das wollte ich nicht. So, da sind wir wieder. Äh, wie lange haben wir jetzt vorhin aufgenommen? Ich glaube, 13 Minuten, ne? Äh, sieben. Doch, 13. Dann wenn ich jetzt noch so alles sieben Minuten aufnehme, dann... Oh, ne, komm. Ne, 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 ne. Okay, ich muss jetzt, dass wir wieder reinkommen. Oh. Ne, ne. Ein Studienkollege hat mich angerufen, der hatte... Statistikprobleme bei der Vorder... Nein, immer dieselbe Stelle. Bei der... Bei der... Bei der Vorderseite hat man ein paar Hilfe gebraucht. Problem ist, nur der Kerl macht sich selber keine Gedanken und denkt dann immer, dass man ihm alles auf dem Silbertablett servieren kann. Das kann man aber halt nicht, wenn er es nicht verstanden hat. So. Na gut. So, waren wir hier vorn schon? Ich weiß es nicht. Kommt mir irgendwie grad nicht bekannt vor. ich habe ja schon gesagt ich will das nicht alles nochmal natürlich ist hier das ziel warum auch nicht so kohle festung die schafft man doch in dem part ich habe leider beim ersten level ein bisschen lang gebraucht hier in dem part aber gut so blöderweise ein bisschen aneignet ich will die kucke das ist eine ähnliche palette wie möglich wo ich schon mal gesagt hat ist das level vielleicht wieder von metal wo ich gesagt habe es wäre von nico und nico war es nicht natürlich verdeckst du den auf knopf das ist auch eine schöne idee warum macht ihr in der welt 6 so komisch ist alles wieder schön dass hier ist alles wieder cool das ist alles wieder spaß ich kann jedes mal davon anfangen weil es mich so aufgeregt hat das wird langsam nervig wenn ich es mal wieder erwähnt ich weiß es ja ist ja gut so so jetzt muss ich dich da wieder irgendwie höher kriegen ja und da bleiben da bleiben bleibt ich bin gerade gestorben eigentlich ach ja ich bin hier runter gefahren kann ich eigentlich wieder zurück ok ich bin also hier dann da einfach rüber gut das ist ja in ordnung natürlich wo ist dann oft dahinter direkt okay das heißt wir wollen dich mal da oben lassen jesus so gehen wir sind höher hi na da so komme ich da nicht rüber so komme ich da nicht rüber übrigens auch hier wieder keine tue musik na gut wer ist ja eigentlich boss das ist das andere viech mit der schiefen insel wer war das dann iggy und lewie ach er leckt mich doch man warum stell ich mich denn so an so du 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 ok ihr wisst ihr werdet ein bisschen weg bisschen höher wie kriege ich dich denn so höher ach kacke du bist schon wieder so weit na gut na gut also auf groß komme ich da irgendwie nicht durch dafür ist der kollege viel zu gemein einfach na mhm 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 Ich bin so gemein. Ich bin so gemein, dass ich Sprites einfach off-screene. Aber er hat's verdient. Der hat's wirklich verdient. Dieser Big Boo war böse. So. Oh, ich dachte schon, es fängt an zu scrollen. Ich hab grad irgendwie das Gefühl gehabt, es fängt an zu scrollen. Das wird's hier auch, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht, nein, der trifft auch noch voll auf die Witte von dem Ding. Ich hab doch nix. Gib mir einen Power-up, oh, oh, Power-up, nein, natürlich nicht. Stirb. So, ich will den bestimmt drücken. Nein, natürlich will ich den drücken. Juhu. Öh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, wirklich. Alter, wie soll ich denn da hochkommen? Ich kann auf dem Ding nicht Spinch haben, übrigens. Ich kann's kurz testen, aber ich glaube nicht. Nee. Scheiße, also... Hätte ich den Brümmererang gebraucht, ja? Das ist mit Sicherheit möglich. Das ist so knapp. Mit Rennen wäre das drin. Davon hier drüben ist hier mehr Anlauf, da ist auch nicht mehr Anlauf. Oh, jetzt, ja, von hier, okay. Mit Anlauf geht's. Also sorry, dass ich hier wieder Safe State und so, aber... Ja, okay. Jetzt hab ich mir ein bisschen verkackt. Ich sollte hier den Brümmererang, hätt ich hier benutzen sollen. Dumm. Bisschen dumm gemacht. Gebe ich zu. Tut mir leid. Also ich, nicht die. Hacker-Stelle sind diesmal nicht schuld. Wirklich nicht. Ja, mhm. Okay, wir setzen hier mal ein Safe State und ab jetzt reviden wir auch nicht mehr, sondern Safe und stellen einfach hier dann die Stelle wieder her. Das nehmen wir jetzt als Midwaypoint. Und wenn noch einer kommt, dann sorry, aber ich hab ja das Gefühl, da kommt nicht wieder einer. Ja, ich hab so das Gefühl, die haben hier irgendwie ab dem... Ob der Welt so ein bisschen die Midwaypoints vernachlässigt. Jetzt haben sie... Hä, wo kam der denn jetzt her? Achso, ich wollte nicht reviden. Entschuldigung. Safe State Laden. Achso, natürlich, da kam der her. Den hat er geschossen. Das hat einen Brümmererang so an sich. Wo kam der jetzt her? Jetzt kommt er wieder. Das war dumm. Das war eine dumme Bemerkung von mir. Das tut mir leid. Oh Gott, die kommen in die Mitte. Okay. Ja, ich kann's hier nur wieder betonen. Stellt euch vor, ich würde jedes Mal neu sterben und wir würden den Anfang immer wieder komplett neu spielen. Das würde einfach ewig dauern. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Dreck. Ich sterbe ja so schon oft genug. Ist immer wieder dasselbe, was ich sage, wenn ich anfange, Safe-Sets und so zu benutzen. Um's zu rechtfertigen. Aber es ist ja nun mal wirklich so. So. Jetzt hier. Du. Zack. Schade, dass der nicht die Blöcke auslöst. Wobei, dann könnte man damit wahrscheinlich noch ganz viele böse Dinge tun. Fuck. Okay. Das ist ein blödes Vieh. Geh weg. Geht er hier um, über die Wand, über die Wand geht um, ne? Tschüss. Dann nehmen wir gleich den nächsten mit. Ach. Schade, ich hätte jetzt erwartet, ich kann den... Nein! Da ist die Tür. Oh Mann. Da möchte ich jetzt rewind. Also sorry. Und da möchte ich nochmal ganz gerne rewind. Bring ich noch ein Power-Up für EGF? So was für Larry? Er wird mich töten. Ich weiß es doch. Mann! Dafür spiele ich die Stelle nochmal. So. So viel Blödheit muss bestraft werden, da sitzt er nicht. Tut mir leid, dass er das... Da möchte ich mich selbst bestrafen, das Spiele. Aber auch das Schloss ist wirklich schön, das muss ich schon sagen. Ich möchte nur nicht alles nochmal spielen, wirklich nicht. Mit den Geißen am Anfang und das... Ich würde da auch noch ein paar Mal sterben und wir sind ziemlich am Ende vom Part auch längst. Das will ich jetzt nicht noch länger in die Länge ziehen. Ne? Ihr versteht das. Das war dumm. Warum bin ich hier nicht rüber? Das war dumm. Das war dumm. Warum tue ich es, wenn es dumm ist? Ich weiß es nicht. So. Und rüber. Danke, diesmal passt das. So, wo habe ich den eigentlich verloren? Ach, hier natürlich. Bei meiner Blödheit habe ich den... Verloren. So wie gerade eben auch. Ach ja, hier habe ich den nämlich verloren. Also da drüben. Nicht ganz hier, sondern da drüben. Weil ich dumm war. Und so, jetzt war ich das auch und... Jetzt habe ich wieder keinen Pilz. Okay, diesmal passen wir ein bisschen besser auf. So. Einmal warten wir. Mach. Tschüss. So. Mit Ruhe und Gelassenheit geht das nämlich. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in Bowsers Festung. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.